Hi, die Filmbar hat Good News für euch. Wir wissen, die Zeiten sind aktuell schwierig und gerade für Unternehmen ist es kompliziert mit ihren Kunden und Partnern in Kontakt zu bleiben. Deshalb haben wir abgedatet und bieten euch jetzt Livestreams an. Livestreaming bedeutet für uns, wir digitalisieren eure Veranstaltung und das mit einer Live-Regie. Hier arbeiten wir mit bis zu vier Kameras und wir können sogar eure PowerPoint- oder Keynote-Präsentationen digital einblenden und das auch Bild in Bild tun, dass man sowohl den Redner als auch die Präsentationen gleichzeitig sieht. Auch können wir Grafiken, Intros oder Outros oder auch Logos und Bauchbinden einblenden, dass man jederzeit sieht, wer zum Beispiel gerade spricht. Für wen sind Livestreams geeignet? Klar, für Unternehmen, die aktuell keine Kundenevents, Meetings oder Messen abhalten können. Aber auch Vereine, die ihre Jahreshauptversammlung abhalten wollen. Oder Sport- und Kulturevents. Alles, was normalerweise mit Publikum stattfinden würde, können wir auf den Bildschirm bringen. Das Schöne daran ist, dass wir euch diesen Service tatsächlich für einen fairen Preis anbieten können und wir unterstützen euch von der Planung über die Einladung eurer Gäste bis hin zur Realisierung und auch zur Einbindung von Fragen, die Zuschauer vor dem Bildschirm zu Hause an euch oder die Diskussionsforum gerichten wollen. Also, lasst euch nicht unterkriegen. Bleibt zuversichtlich. Geht live, geht digital mit uns. Wir freuen uns auf euch. Mehr Infos gibt es unter www.filmba.de. slash live slash live